Schön, dass du gerade da bist. Schön, dass du auf der Seite für mein Buch bist. Dieses Buch, ich nenne es immer liebevoll, das kleine Monster, habe ich in den letzten Monaten geschrieben, in vielen, vielen Monaten, in vielen Wochen habe ich gesessen und an diesem Buch geackert und gearbeitet. Marketing Kickbox, so wirst du zum Kunden-Champion. Und das Tolle an dem Buch ist, hier findest du alles, was du zum Thema Marketing, Kundengewinnung und Vertrieb wissen musst. Es gibt Vertriebstipps, es gibt Sachen zum Thema Suchmaschinenoptimierung, es gibt Sachen zum Thema Social Media, YouTube, Branding, Positionierung, wie du Kunden gewinnst, was du sonst noch machen kannst, Guerilla-Marketing, Viral-Marketing. Ich glaube, jeder Marketing-Bereich ist mit in dieses Buch geflossen. Aber da ja nicht nur ich Ahnung von dem Thema habe, sondern auch viele, viele andere, habe ich über 35 Experten gefragt und denen die Bitte abgenommen, um ihren besten Tipp mit in dieses Buch zu packen. Und die haben diesen besten Tipp mit in dieses Buch gepackt. Das heißt, du findest hier von vielen, vielen Experten, wie zum Beispiel von Tobi Beck, Marc Galal, Lea Ernst, Pascal Pfeil, Martin Limbeck, Jörg Löhr und anderen erfolgreichen Unternehmern den besten Tipp mit in diesem Buch. Und was mir wirklich wichtig ist, ist an der Stelle auch nochmal zu sagen, ich habe dir auch Tools hier reingepackt. Tools, die du für dein Marketing, für deine Kundengewinnung nutzen kannst. Programme, Apps etc., die ich selber benutze, um mein Social Media zu machen, um meine Postings besser zu machen, um Dinge zu automatisieren, um Texte zu schreiben und, und, und. Und auch diese ganzen Tools habe ich dir mit in dieses Buch reingepackt. Und ich möchte dir ganz gerne auch mal so einfach mal so zwei, drei Seiten zeigen, damit du so ein Gefühl kriegst. Weil ich finde, man soll ja auch sehen, was das für ein Buch ist und was es hier alles so an Infos und Charts und Tipps gibt. Und wir haben auch sehr darauf geachtet, dass du Spaß hast dabei, das Buch zu lesen. Dass du immer wieder motiviert wirst, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was alles sozusagen da drin ist. Es gibt immer wieder diese kleinen Tipps, die dir helfen und dein eigenes Marketing noch besser machen. Das Beste an diesem Buch ist, ich möchte dir dieses Buch gerne schenken. Ich möchte dir dieses Buch gerne schenken, diesem dicken, dicken Schinken schenken, dass dir dieses Buch dich und dein Marketing und deine Kundengewinnung noch besser machen und weiterbringen. Das heißt, wenn du jetzt hier auf den Link klickst, kannst du dir das Buch bestellen und nach Hause schicken lassen. Und ich denke oder ich weiß, dass dieses Buch dir definitiv weiterhelfen wird. Und wenn du möchtest, kannst du dir auch da noch das E-Book, die Audio-Files und ganz spezielle Worksheets zu diesem Buch sichern. Das heißt, dass du auch direkt loslegen kannst, arbeiten kannst und damit auch noch mal gleichzeitig so ein Stück weiterkommst. Also, ich habe mein ganzes Wissen nach über zehn Jahren in dieses Buch gepresst und ich weiß, dass dieses Buch dir weiterhelfen wird und jedem Unternehmer, Selbstständigen, Gründer oder Start-up genau bei der wichtigsten Frage helfen wird, wie gewinne ich eigentlich Kunden, wie kriege ich Reichweite, wie werde ich noch bekannter. Also, hol dir jetzt das Buch, lass uns loslegen und dann kurbeln wir so richtig deine Kundengewinnung an. Ja. Ja.